Herzlich willkommen zu unserem Stadtteilfest. Wir haben heute Morgen schon um halb acht angefangen, hier die Stände aufzustellen und es war wirklich knacke, leer und ich freue mich, wie voll es ist. Ich bin ganz noch bezaubert von den Musikbeiträgen. Ah, da kommt ja die hohe Politik schon. Ohne Sie wäre das hier alles nicht möglich geworden. 41 Stände ist wirklich, und ich weiß ja, wie das mit den Vorschriften ist, nicht so eine einfache Sache. Von daher kann ich das wirklich anerkennend sagen, großes, großes Dankeschön. Herr Dieter Durchblick, wenn so etwas hier stattfindet, können Politiker ja nicht fehlen, die hören ja immer dazu. Und zwischendurch können dann auch mal die Kinder von Kinderchor auch auf die Bühne kommen. Musik Ich habe also sehr viel mit fantastischer Malerei zu tun bekommen. Hier einmal ziehen und dann etwas gewinnen. Und eine Niete leider. Ach, Wahnsinn. Oh, was ist das? Was kriege ich? Das ist einfach. Luftballon. Joachim und ich will meine Pharmacu. Wir werden mit den Puppen expenses gegeben. Schnauere Verbliefe. Ich liebe die Lieblingsmusik. Ich liebe die Lieblingsmusik. Das sieht irgendwie aus, als würdest du was zum Essen zubereiten. Y hay preguntas que nos abren contestar, hay preguntas que más... ¡Suscríbete al canal!